Ja, lasst ihr Zeit. Ihr guckt trotzdem an. So. Wie bin ich gerade vor schnell geflohen? Was ist das hier? Das ist es, glaube ich. Auch in der Grippe. Yes. Warte, hat mich nicht? Ja, mach ich doch. So, ich gehst mal an Einwort. Come on! Ich komm schon. Ich renne. Bitch, please. Bitch, please. Komm, wir können. Gott, der Gönnschirn. Ich mach rein. Nö. So. Die Christi siehst du wohl nicht. Nein, trau. Uuuhh. Ich mein, die nicht die ekelhafteste, äh, schnell-sequente. Ich mein, die nicht die Ekelhafteste, äh, schnell-sequente. Mhm. Oh, da war ich noch nicht. Ich kenne dich, bro. Ich kenne dich. Nein. Tschüss. Mh... 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 Your face. Ja. Kommt ja nicht mal zu viel. Mh... ich kann das ist aber ich weiß noch nicht ich war von mir zu langer Zeit war ich erst hier drin und damit der entsprechenden Stufe da sind wir nicht verreckt ja das war nicht hier das war ähm seit der Karl und diese der Schlange sind scheiß Typen die damit diese diese Totems hinstellen die ein übernehmen so ne ja ja so ja keine Ahnung wie haben die Leute das nebenbekommen ich verreckt du musst aber auf mich warten weil jetzt hab ich keine EPs bekommen okay ja da war ich nicht mehr in den Müll und ab ist schon da ich bin da ich bin da Oh, noch eine. Ah, ich hab gerade gesehen, die verschwinden. Schaback. Heftig, heftig, heftig. Scherr, ihr weg. Wenn ich das klar mache, hier, Rangu. Also du hast dich schon dessen recht, dass man, dass das der Nachteil davon ist, dass man ja eigentlich nicht mehr weiß, wie man spielt. Ja, ja klar. So ein Charakter, den ich nicht kennt. Also wenn ich jetzt hier einen Priester angefangen hätte und ich hätte mich durchziehen lassen, ich wüsste nicht, wie man diese Priester benutzt oder wie man effektiv überhaupt irgendwas anstellt, ne? Mhm. Aber man müsste mich wahrscheinlich dann erstmal noch eine bestimmte Woche oder so mit dem Charakter beschäftigen, damit ich den irgendwie vernünftig spielen kann. Aber ich meine, in deinem Fall, du kennst ja Priester immer oder weniger schon, ne? Ja, ja. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Ja, ist halt für die, ich meine, es hat Vor- und Nachteil, klar. So müsstest du eine gewisse Zeit investieren, um den Charakter zu leveln. So, das fällt weg. Also musst du die Zeit investieren, um ihn sozusagen, ja, dann zu spielen zu lernen, spielen zu lernen. Ja, ja, das ist ja wie mit diesen Charakter, den du sofort auf 100 bringen kannst, ne? Ja, das ist ein Gehofft. So wie ich mit dem Schurken, den ich mir damals gemacht habe, bei den Add-On-Erweiterung. Den kann ich nicht spielen. Kann ich echt nicht spielen, das ist schade. 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 So bis noch 62. Ja. Jetzt müssen wir geschlagen 8 Minuten nochmal investieren, ne? Hm. Ja, normal durch. Ja, machen wir das eben, ne? Okay. Alles klar. K Alguns ZeitarrThank! Schade. Na, wie überhaupt tja? S K G